Kann ich mal ihren Bauhof finden, das wäre noch sehr toll. Und wieder sagt nein. Und wieder sagt demnütig nein. Aufgrund von mangelnden Alternativen, ich habe da drüben noch den Flag. Den möchte ich glaube ich jetzt noch nicht einsetzen. Ich möchte den Flag noch nicht benutzen. Wann hast du überhaupt wieder einen Youtube-Account? Und jetzt machst du mir alles nach, mach doch mal was richtig und nicht alles nur das was ich mache. Mach doch mal nicht das was ich mache, sondern mach es doch mal richtig. Verstärkung. Noch ein Deviator. Ein Belagerungspanzer. Und was bekomme ich noch? Ja exzellent. Infanterie. Geh mal aufdecken hier. Brauche ich die kleine Fabrik? Oh. Oh. Geh angreifen. So ist natürlich die Frage, sind wir schon angekommen? Funktioniert ja Feature-Bug nicht mehr? Jawohl. Warum passen die Grafiken manchmal nicht? Jawohl. Warum stelle ich so dumme Fragen? Soll ich die kleine Fabrik reparieren? Nee. Das lohnt glaube ich nicht. Irgendwas springe ich auf jeden Fall gleich in die Luft, hoffe ich. Ah, ich hätte mit denen den Palast angreifen müssen. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Ach, das war die Rakete, ne? Ja, zum Glück habe ich gerade das gespeichert. Gegen die Rakete machst du dann einfach nix. In Ordnung. Null machst du dann Null. Jawohl. Ich habe ihn noch... Scheiße. Moment, wenn ich... Jetzt sofort lade. Jawohl. Kann ich noch ändern. In Ordnung. Ja. Da guckst du wieder, schaust, ne? Jawohl. Ich nehme mich auch. Und du kreist mal das da an. Und du... kreist das da an. Dann habt ihr alle was zu tun. Ist die Rakete jetzt eingeschlagen? Äh... Denen geht's auch alle gut. Ist die auch wieder hier rechts eingeschlagen? Ich glaube, die ist auch wieder hier rechts eingeschlagen. Ah... Schön, diese Rakete, die nix trifft. Was? Entschuldigung. Habe ich kurz... Jetzt habe ich den alten Gelashtop gemacht. Hm. Das sagt er mir jetzt. Hallo? Das sind wichtige Informationen, die mir ja schon wieder vorenthalten werden. Ah, du kannst den Palast nicht angreifen. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Ähm... Mal reparieren. Das kann man, glaube ich, mal machen. Kann ich mir herstellen. So, wie sieht's denn jetzt hier aus? Kommen da bald mal meine, ähm... Ah. Du schießt auf irgendwas. Perfekt. Ähm... Wie geht man ernten? Was? Schon wieder? Sie eingeschlagen? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Aber nicht bei mir. Ich glaube, die ist ja wieder hier rechts eingeschlagen oder so. Basis sieht noch gut aus. Also... Sag mal... Wie oft kommt denn diese Rakete hier jetzt? Ah, meine Einheit schießt auf den Feind. Ja, sehr gut. Tötet den Imperator. Für euren neuen Herren. Ich. Äh... Ich müsste halt mal herausfinden, ähm... Habe ich einen Traik gebaut? Ich kann keinen Traik bauen. Gut. Naja, muss ja auch nicht. Muss ja nicht alles bauen, ne? Aber möglicherweise baue ich bald Silos. Deswegen... Bauen wir mal Strom. Oh, wow! So sieht's dann wohl. Ist auch wieder so eine Nichtsauslage. Hortus-Truper. Irgendwas hat er grad irgendwo gefressen, aber... Und nicht meine Sammler und meine Einheiten... Stehen nicht auf dem Sand, also... So ist es nicht die, wo ich gebaut habe. Hm... So kann ich inzwischen einen Traik bauen? Ne. Ah, Ficke! Dumm. Dumm Penne, Dummen. Habe ich irgendwas übernommen, das nützlich ist? Nein. Ich habe einen Sammler verloren hier, geil. Äh... Silo. Silo gewürzt da. Einfach pausieren. Das ist für Notfälle. Ah. Okay. Sie haben schon mal ein Gebäudeplatz bekommen. Das Ding versucht doch ein ganzer auf den Palast zu schießen. Trifft aber nix, weil... Das den Palast nicht angreifen kann. Apropos Palast. Kann nicht hergestellt werden. Das was, ich bekomme dich ja eh wieder, ne? Ah, ich speichere es ja nochmal. Für den Fall, dass ich ihn nicht wieder bekomme. Ah, könntet ihr mal das Ding da wegmachen? Danke. Jawohl. Das war, glaube ich, eine Atragideseinheit. Was passiert überhaupt, wenn ich so viele Atragideseinheiten übernommen habe? Hm. Können die denn doch neue waren? Oh, ich habe die Bauernlage von denen gefunden. Wann kommt mein neuer Sommer? Da kommt mein neuer Sommer. Jawohl. Eine Bauernlage, dass die keine Flick erleben. Das ist ihr Palast. Ja, ideal. Ideal würde ich sagen, ne? Das haben sie ja gar nicht mehr auf mich anzugreifen. Jawohl. Oh, viel besser als eine Infanterieinheit ist natürlich eine Abschlussrampe. Keine. Moment, war das jetzt... Ne, das war keine. Tötet den Imperator für mich. Ich befehlige es euch. Jawohl, jawohl. Jawohl, jawohl. Zurück eure Verbündeten. So, ein Chat ist wieder tot. Ah, muss man positiv sehen. Muss ich mich mit denen nicht unterhalten. Chat unterhalten. Ist schon ekelhaft. Die Geräusche sind eh wieder viel zu laut. Ja, töte den Feind. Repariert nicht mal. Ich glaube, das liegt wirklich daran, dass ich... Was bist du? Egal. Du bist... Du bist nicht mehr meins. Scheiße. Ey, du bist meins. Gleich mal... Gleich... Gleich mal... Kleiner von der Blick an. Gleich mal... Nein! Ach, das ist doch nicht wahr. Doch, ich erst mal eine neue Fabrik. Ach, fickt euch doch. Du baust sie schon extra weit unten und was passiert? Sie killen sie trotzdem noch. Tötet. Ähm... Nicht mich. Ich meine Gebäude. Soll die langsam mal wieder... Können die mal weg machen. Ja, was war das? Palast vernichten. Was zur Hölle ist euer Problem? Ich habe euch angegriffen. Deswegen müsst ihr euch jetzt nicht so völlig am Rad drehen. Leute. Schaltet mal einen Gang zurück. Ist gut. Jetzt langsam. Ich glaube, das sieht aus wie eine Bauanlage. Ich glaube, das sieht aus wie eine Bauanlage. Ich will jetzt zerstör die mal. Ich will jetzt die noch zweimal verbessern. Ne, ich habe schon zwei Mal. Äh, wo wird mein neuer Sammler? Ich krieg keinen neuen Sammler mehr. Ach, ich bin doch verarscht, ne? Spiel? Ich krieg keinen Sammler mehr. Wirklich? Wieso bekomme ich denn jetzt keinen Sammler mehr? Jetzt bräuchte sie ihn. Da kommst du gar nicht. Okay. Wir haben schon mal. Es geht hier gerade so ein bisschen los. Oh, ich habe... Wieso habe ich denn zwei Sammler sogar? Fuck! Egal. Ich... Liebe Spiel. Ich brauche leider mal Spice. Ja, die Beschädigung sind gerade gegenseitig tot. Finde ich gut. Der Turm ist im Weg. Deswegen kann er den Palast nicht killen. Das kannst du dir so auch nicht ausdenken. Das kannst du dir doch so nicht ausdenken. Einfach. Das ist einfach... Ach, warte. Äh. Hilf mal ein bisschen nach. Ich weiß nicht, ob du Atreides oder Dings bist. Wenn ich wirklich nicht sagen. Du bist auf jeden Fall nach Conan. Oh, noch eine Abschlussrampe. Töte mal den Palast. Bitte. Kriegst du das hin? Okay, das war Punkt 1. Jetzt ernten. Wie wieder. Ist gerade ein bisschen stressig vielleicht. Aber... Nichts, was ich nicht unter Kontrolle habe. Hoffe ich. Ich mag dieses Feature. Ah, die kleine Fabrik wird auch schon angegriffen. Die große Fabrik, da steht der Turm an dem Weg. Da steht der Turm im Weg. Deswegen kann der Imperator nicht die Atreides-Palast killen. Aber das ist gar kein Problem mit. Das ist gar kein Problem mit. Das könnte aber so ein Problem werden. Mal kurz wieder umschieben. Du sammelst wieder, sehr gut. Wir haben wieder... Was warst du? Ich weiß nicht, was du warst. Vielleicht da Conan? Ich bin der nächste hier. Ich weiß nicht mal, auf was die schießen tun. Oh, wo schlägt die Rakete ein? Ja, das passt noch. Die sind knapp, aber sonst ist das noch gut. Das kann man noch essen. Ach, sie haben es geschafft. Sie haben es tatsächlich geschafft. Ah, sehr gut. Was macht ihr mein Sammler? Wo bist du? Das muss jetzt erstmal reichen. Ich brauche mal gerade ein bisschen Geld zum Maladieren, glaube ich. Die kleine Fabrik gibt auch langsam den Geist auf. Ein Palast weiß ich nicht. Das wird nicht lange halten. Da ist auch noch eine Raketenrampe, eine Abschlussrampe. Unterwegs. Das ist doch alles sehr schön. Ah, da ist noch ein Truber. Keine Ahnung, von wem du bist, aber wahrscheinlich nicht Adria, sonst wärst du weiter rechts. Ich weiß es nicht. Alter. Ah. Geht gleich mal wieder zum Angriff hoch. Meine neue Abschlussrampe. Und du gehst wieder ernten. Und ich muss mal Trinkzäume reparieren. Meine Basis fällt mir gerade so ein bisschen auseinander. Lass das Gelosch wieder weg und ich bin noch nicht noch fertig repariert, ne? Uff, sag ich da nur. Uff, uff, uff. So, wie seid ihr? Ah, da ist meine Raketenflussrampe. Der Palast hält einiges aus. Oh, das ist gar kein Problem, ne? Das ist alles gar kein Problem, ne? Ähm. Der schlägt sich da jetzt immer ein. Ist das ein Ja? Ach, komm schon. Spiel. Könntest du mir mal deutlicher sagen, wenn... Nein, ich muss ein Video laden. Scheiße. Ach, komm schon. Egal. Was willst du machen, ne? Ja, das ist ein Conan. Äh, das wird immer wichtig. Nee, 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 nee. Diese Raketen sind einfach... ...viel zu stark und viel zu random. Zu stark und zu random. Wann hat mir das Spiel denn gesagt, dass da sich da eine Rakete nähert? Wie oft dürft ihr die denn abschießen, bitteschön? So, das ist... ...Atoides, du greifst mal. Das ist mein Imperator wieder an. Das soll sich auch nicht langweilen. Die sollen sich ja alle mal nicht langweilen hier, ne? Ich find's schön, dass sie auch nach dem Laden ihre Befehle noch weiter ausfüllen. Finde mich sehr, sehr gut. Spaut mal richtig Geld, du. Oh. Lass mir die Maschine voll machen. Ach, komm. So lange hält meine Basis dann schon noch. Die Trefferpräzision ist halt einfach nur komplett von der Arsch. Genau wie bei der Abschussrampe. Prinzipiell sehr, sehr mächtig. In der Praxis halt... ...priffst halt nix. Warum zielst du überhaupt noch da unten? Vielleicht fertig ist es nicht mal. Also es könnte auch sein, dass die Rakete am Anfang irgendwann mal kam, aber... ...das geht halt alles unter. Ich bin viel zu lauten. Äh, was war das? Weiß ich nicht. Keiner konnten, glaub ich. Ah, jetzt... ...haben wir wieder ein Gebäude weniger. Ist das eingeschlagen? Ich weiß nicht. Klang so, als ob da was heftig eingeschlagen wäre. Genau so wie sie aber auch nicht. Äh... Speichern, ja bitte. Das ist interessant. Ich bin sicher.